SIM-VSM, die App zur Wertstromanalyse und Simulation. Papierlos, schnell und einfach. Mit SIM-VSM erstellen, dokumentieren, simulieren und analysieren Sie Wertströme schnell und einfach auf einem Tablet. Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an, um Ihre eigenen Wertströme zu erstellen. Modelle werden ganz einfach per Drag & Drop erstellt. Es steht Ihnen eine umfangreiche Bibliothek mit Wertstromobjekten für die Modellierung zur Verfügung. Durch Klick auf einen Baustein können Parameter, Verbindungen mit anderen Bausteinen und Anzeigeoptionen eingestellt werden. Ändern Sie Parameter einfach über die Seitbar. Hinterlegen Sie mehrere Messreihen mit der integrierten Stoppuhr-Funktionalität. Erstellen Sie Bilder aus Ihrer Anlage und fügen diese zum jeweiligen Baustein im Wertstrom hinzu. Durch die Parametrierung des Textbausteines können direkte Links auf eine Internetseite oder ein Verweis auf ein abgelegtes PDF-Dokument erstellt werden. Neben den statischen Kennzahlen für Prozesse, und Kundenobjekte, die unter den Objektsymbolen angezeigt werden, bietet die App auch die Möglichkeit, eine Fieberkurve unter den Objekten automatisch zu generieren. Diese Fieberkurve verdeutlicht dabei in den Abstufungen wertschöpfend und nicht wertschöpfend die einzelnen statisch ermittelten Durchlaufzeiten und berechnet den Flussgrad. Hinterlegen Sie verschiedene Schichtkalender und weisen Sie diese entsprechend einzelnen Prozessobjekten zu. Alle Produktinformationen und Übergänge können im Wertstrom übersichtlich angezeigt und angeordnet werden. Mit der Stücklisten Visualisierung steht zudem eine übersichtliche Darstellung der Produktübergänge inklusive Verbaumengen zur Verfügung. Modellieren Sie Informationsweitergabeprozesse mit Hilfe der Methode Wertstromanalyse 4.0 und bilden Sie so eine sehr detaillierte Aufschlüsselung von Informationsflüssen entlang des Wertstroms ab. Übertragen Sie Ihr Wertstrommodell per Webservice an Ihren Simulationsserver und erhalten Sie in kürzester Zeit die Simulationsergebnisse. In der Ergebnisansicht steht eine Vielzahl von Statistiken zur Verfügung. Diese sind in Gruppen geclustert und reichen von Auslastungsdiagrammen, über Durchsatzstatistiken und Engpassanalysen bis hin zu Bestandsverläufen und Lagerfüllständen. Durch das Kopieren und Verändern bestehender Wertströme erzeugen Sie auf Knopfdruck Alternativen, dokumentieren Ihren Fortschritt und sind in der Lage, Simulationsergebnisse direkt miteinander zu vergleichen. Durch die Festlegung eines Referenzwertstroms werden in den anderen hinterlegten Wertströmen sofort alle Struktur- und Parameterabweichungen kenntlich gemacht. Teilen Sie Ihre Projekte mit anderen Nutzern, indem Sie diese auf Ihren Simulationsserver hochladen und freigeben. Über die globalen und projektspezifischen Einstellungen können Sie SimVSM gemäß Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Die Optionen zum Exportieren und Drucken runden den SimVSM-Funktionsumfang ab. SimVSM, die App zur Wertstromanalyse und Simulation, papierlos, schnell und einfach, jetzt für alle Plattformen zum Download verfügbar. Haben Sie nach dem ersten Testen und Kennenlernen Interesse an der SimVSM Pro-Version? Sprechen Sie uns einfach an. Gern überzeugen wir Sie von den Vorteilen unserer bisher einzigartigen App für Ihre Wertstromanalyse.